Aber weißt du das? Was? Weißt du was? Hab ihn! Hier sind noch Drohnen, Digga Da ist ein Gegner vor mir Hat 157er Headshot, lass mir den Kill, komm Ich bin seine Box reingesprungen, hab ihn gefickt Da ist ein Gegner-Clan bei uns Du hast die Minis wieder Drop mal, Drop mal, Drop mal Halt mal die Wand, Halt mal die Wand, Halt mal die Wand, Halt mal die Wand Ich hab sie dabei, Digga 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 Ich hab ihn gedraft, lol Keiner scheiße Spray du, Spray du, einfach Spray drauf, Spray, Digga Lol, hier ist einer gestorben Der hat mich fast gepflegt, Digga Fuck, Alter Hat der ein Lagerfeuer? Keine Ahnung Der hat mich fast gepflegt, Digga Fuck, Alter Da ist einer drin Da ist einer drin Ja, dann meinte ich auch Da ist einer Einstiger jetzt Abbie Abbie Die Zone Da ist Lauf Fährt fast direkt an die Zone, Alter Das ist unter uns Ich hab ein Lagerfeuer Ich hab sechs hier hinten Wir schauen siegen Leute zu, Alter Wir sex Wir sex Ah, der Streamer schaut mir zu, was sagt ihr? Wer ist der Streamer? Wer ist der Streamer, Bro? Wow für den Spray drauf Spray drauf ich kann mich nicht weg gesnipen oh bei mir pass auf man, es sind so viele ja komm wo liegt sein teammate denn ich hab schon gemacht ich hab schon teammates das ist keine zone habe keine match mehr Ja, Bruder. Medipack für dich, gönn dir, gönn dir, gönn dir. War das zwei Loot-Jobs oder was? Ich hab Minis für dich, hier zwei Stück. Oder hast du's selbst? Ich hab selbst Minis. Aber ich hab kein Medipack, ich hab keine Metsmeine, ich hab keine Metsmeine. Oh, Bruder. Ja. Ich geh den pushen, ich geh den pushen. Ja, okay. Nice! Okay, okay, komm zurück. Ich brauch seine Mets. Ja, okay. Ich fassel zu dir. Hier liegen einen Haufen weisse Mets. Ja, Digga. Ich kann nicht. Hier leist es sonst, scheiß Gott. Ach, Bruder. Nee, die kann ich mir nicht gönnen. Schnell. Schieß die Wand ab hier, jetzt, sofort! Schieß! Komm nicht! Warum nicht? Du musst den Mets holen. Wo, wo, wo? Da, wo ich markiert hab. Du hast doch Heavy-Sniper. Nee, hab keine Heavy mehr. Ich hab keine Heavy mehr. Ja. Hast du Minis? Ja. Boah. Ich hab einen gelasert. Ich challenge mich, einer ist direkt neben uns. Wie viele Tears hast du? Nein. Ich hab sie. Hast du einen Heavy-Sniper dabei? Ja. Ja. Hab einen gelasert. Schnell was mit ihm. Ja, ich bringe ihn. Ich bringe ihn zum Essen. Wir werden von Darkless gesnipet. Ich hab meinen Heavy-Nav. Ja, ich denke, du bist. Du bist ein Tiger. Ich werde fast einen Fallschirm vorweg. Los geht's aus dem Kilo und ich habe lange von der Ehe und sowas. Was auch wenn der Neckler eine ist gut loslaufen. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Bis zum nächsten Mal.